Hallöchen liebe Freunde und wir sind's, die Battle Brothers, Jan und Jano. Hallöchen mein cooler Künstlername. Wir haben unseren Namen ein wenig abgeändert. Ja, jetzt geht's los mit dem Video. Wir spielen heute eine Runde Brawl Stars. Ja. Dann lass uns mal anfangen. Ich würde sagen, Duo Showdown als erstes mal. Ja, ich bin bereit. Ich auch. Es kennen bestimmt viele, das Spiel schon, auch von anderen YouTubern. Ja. Wir gucken erst mal, ne? Ja. Und ich denk mal, ein Sieg sollte so drin sein, Leute. Ja, was weiß ich. Okay, ich war noch nicht am Spiel. Ja, okay. Okay, da kommen schon direkt die ersten Gegner, die wir platt machen können. Ja, klar. Oder was war das denn jetzt? Ja, das war der... Deine Mike. Der scheiß deine Mike und ich bin fast tot. Und ich weiß nicht. Ja. Keine Sorge, ich regeneriere. Ja, ich hoffe es nicht. Moment. Ich swore da mal eben eine Kanone. Ja, das ist nicht schlecht. Aufpassen von der Seite. Ja, gut. Ja, gut. Das war jetzt nicht so eine Glanzleistung von mir. Ja, das muss man schon sagen. Ja, also. Äh, ich verpässe mich da mal kurz eben, ne? Ja. Der Deine Mike ist böse. Ja und der Colt da auch. Ah, ich bin wieder da. Okay, perfekt. Den Colt, den hole ich mir jetzt. Nicht, weil du gegen den Kackens schießt. Genau. Und weil ich jetzt gleich verkacken werde. Und hier kommen noch ein paar andere. Böse. Waaaaaah. Ich werde das Handholz. Keine Chance. Also, definitiv, ganz klar, minus ein Pokal geht gar nicht. Also, ich würde sagen, wir erklären euch erstmal, falls ihr dieses Spiel nicht ein bisschen etwas über das Spiel. Also, also einer Wichtigsten ist hier, es gibt Brawler natürlich. Ja, genau. Ich habe im Moment acht Stück. Die seht ihr ja hier. Und hier unten sind die, die ich noch freischalten kann. Manche kann man aus diesen Brawler-Boxen hier ziehen, die man auch im Shop kaufen kann. Und manche Brawler kann man hier oben bei den Trophäenfahrt freischalten. Zum Beispiel hier ganz am Anfang. Konnte man Nita freischalten, dann Colt, dann Bull, dann Jessie habe ich letztens freigeschaltet. Ja. Und man kann hier alle 50 Trophäen, kriegt man eine kleine Belohnung. Und jetzt bei 1000 Trophäen, die ich nun leider noch nicht habe, dann aber mein Freundiano schon. Ja, genau. Ich habe schon ein bisschen... Ja, erst bei 1100 Trophäen. Ja, ich habe schon ein bisschen gespielt. Also, da bei den 50 Münzen. Ja, genau. So. Ja, und da kann man hier halt die Brawler freischalten. Man kann aber auch Münzen oder Powerpunkte, womit man dann die Brawler-Boxen bessern kann. Es gibt natürlich auch Clubs und man kann auch Freunde haben. Wie ich zum Beispiel. Mit seiner riesigen Freundeliste. Ja, wir haben auch einen Clan, wo jetzt nur noch vier drin sind. Wir hatten mal mehr Beglieder. Die sind aber alle rausgetreten, weil die nicht gerade... Moment, wenn wir schon YouTube machen... Ähm... Mach ich mal kurz den... Ähm... Die... Einstellung auf, dass ihr nicht direkt alle beitreten könnt. Ich... Wir gucken mal, ob wir das noch mal ändern. Wissen wir noch nicht? Ja, auf jeden Fall... Ich kann das ja jederzeit machen. Ja. Auf jeden Fall... Okay, ich würde sagen, wir spielen noch mal eine Runde. Du mit El Primo. Alles klar. Ja, oder warte, ich guck noch mal. Ja. Okay. Ich guck auch noch viel Licht. Ja, ich guck... Ja, doch, ich bleib bei Jessie. Ja, ja. Okay. Ich bin bereit. Soll ich mal... Ja, ich spiele noch. Oder? Okay. Wir schneiden ein paar Runden raus. Du nimmst deinen besten Brawler. Ich nehm meinen besten Brawler. Aber Nita, ich... Was ist dein bester Brawler? Nita. Ja, meiner auch. Obwohl... Ja, Nita. Okay, du nimmst Bull. Ich nehm Nita. Welche... Ja, okay. Oder welche Power hast du, Nita? Fünf. Okay, ich hab die sechs. Also... Okay. So, diese Runde. Wenn diese Runde kein Sieg wird, dann weiß ich es auch nicht. Hallo? Oh. Ich... Ich hab schon gerade einen halben Herzinfarkt bekommen, dass ich wieder diesen Bug hab, dass ich nicht auf bereit drücken kann. Egal. Okay. So, wird noch mal gut ausgegangen. Okay. Jetzt Concentration. Wir holen uns... Oh, vier Kisten in der Mitte. Wir müssen uns beeilen, die zu eröffnen. Ich schieße schon mal direkt. Aber Bull fühlt sich irgendwie so langsam an. Ja. Au, die... Ne Piper. Auspassen. Ja, die ist sehr gut. Aber die Kisten gehören uns. Sehr gut. Oh, shit. Macht die viel Schaden. Die kann auf lange range... Oh, da ist ein Crow. Ein legendärer... Oh, shit. Das ist ein Team aus legendären Skins. Okay. Welcher? Crow und Leon. Aber die haben beide wenig Leben. Das ist das Schlechte an. Wo sind die? Die waren da hinten. Irgendwo. Aber... Shit. Ich hab ein paar WLAN-Probleme. Okay. Alles klar. Egal. Ist schon wieder weg. Auf jeden Fall. Ich würd sagen... Erst mal das Gras abchecken. Ja. Okay. Ich glaub, da ist jemand drin. Ja. Glaub ich aber nicht. Dein Ernst. Wo sind die denn? Oh, shit. Die Piper. Richtig wenig Leben. Ja. Die Piper hat auch grad den Crow auseinandergenommen. Und der Leon ballert mich grad ab. Die Piper ist hier im Busch. Wo? Da kommt der Teammate. Das weckt jetzt unverwünschtbar. Oh, shit. Und der Crow ist auch wieder da. Und ich... Ja. Also... Das... Das war natürlich... Camp erstmal. Ich bin in 10 Sekunden wieder da. Also... Noch drei Teams übrig. Auf jeden Fall kriegen wir keine Minuspokale. Zumindest besser... Schon mal besser als die letzten Runden. Okay. Perfekt. Dann hier Kreis. Ich bin wieder da. Die kämpfe jetzt da. Ich bin immun. Nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Leider. Okay. Die Piper, die hab ich. Nicht. Natürlich nicht. Schön. Der Primo, den hab ich. Shit. Der Leon wurde gesandwiched. Okay. Du warst vergift. Alter, wie viel Leben hat der Leon denn? Du schaffst das nicht. Ah. Ja. Zweiter. Mist. Aber zumindest plus drei Pokale. Vier. Haha. Plus drei. Und eine Star-Marke. Und Level 21. Richtig geil, Leute. Zumindest ein kleiner Trost. Ja. Ähm. Ja. Okay. Ich würd' lieber gerne machen. Ich würd' sagen, wir spielen noch mal einen anderen Mode. Und zwar... Du musst auswählen. Sollen wir Tresor-Raub? Ja, Tresor-Raub, oder? Ja. Ja, mach mal Tresor-Raub. Spiel du mal Barley? Ja, ich spiel' jetzt mal Barley. Hier. Der ist zwar nicht mein bester Brawler. Aber er ist gut für Tresor-Raub. Ja. Da kann man nämlich immer gut den Tresor da... Okay. So. Ich würd' mal sagen... Also das ist jetzt ein anderer Mode. Wir haben vorhin ja Showdown gespielt. Da muss man die anderen Teams ausschalten. Jetzt spielen wir Tresor-Raub. Und da muss man halt versuchen, den gegnerischen Tresor kaputt zu machen. Ja, die hat dich direkt geschmackt. Wir haben aber auch eine Pfeiffer mit unserem Team. Wen spielst du eigentlich? Ähm. Ich spiel... Wie heißt der nochmal? Shady. Bam. Oh nein. Tresor hat Schaden genommen. Ist doch schüssiger. Bam. Schade. Schade. Zielen. Oh shit. Ich beschütz dich. Oh shit. Ich auch. Was? Wieso bin ich down? Ja, weil du kannst. Oh nein. Ich komme. Ich komme. Scheiße. Pass auf. Ich halte den Schaden für Tresor. Okay. Du bist aber tot. Ganz problem. Alles gut. Oh shit. Nicht alles gut. Nicht alles gut. Bin tot. Bin tot. Bin tot. Bin tot. Ah. Easy. Alles gut. Alles gut. Pass auf die Pfeiffer auf. Unsere Pfeiffer hat die Ulti. Oder auch nicht. Und du bist... Bist du tot? Ja. Nein, du bist nicht tot. Ach doch. Du bist tot. Geil. Aber ich habe... Keine Ahnung. Viel mehr mit Tresor gemacht mit meiner Ulti. Wir haben mehr... Alter, der hat nur noch 80%. Gut. Sieht gut aus für uns. Ich habe Ulti. Ich renne jetzt nach vorne. Oder ich gehe hinten durchs Gras. Beschütze mich mal. Ich weiß noch. Ich probiere mal. mit meiner Ulti auf den Tresor zu kommen. Ja. Sehr gut. Ich... Aufpassen. Die Slider... Ich werfe die Ulti. Ich habe Ulti. Ja. Auf den Tresor geworfen. Geh weg. Pass auf. Sag, ich wollte die Ulti auch nochmal. Shit. Ich brauche Hilfe. Dringend. Ich komme. Sehr dringend. Jetzt brauchst du auch keinen. Okay. Ich habe wieder Ulti. Lass den gleich im Plan nochmal machen. Okay. Warte auf mich. Ich komme. Ich habe Ulti. Ja, ich warte hier im Gras auf dich. Okay. Der eine hat mich gesehen. Aber der ist tot. Kann er ja nichts mehr. Warte auf mich. Erstmal Ulti draufwerfen. Easy. Shit. Komm, werf nochmal auf den Tresor. Ja, oder? Ja, nein. Ich muss den klären. Ja, ich habe ihn. Ich habe ihn. Oh, shit. Oh, das ist so knapp. Nein. Wir müssen Schaden am Tresor machen von denen. Ja. Wir haben gewonnen. Nicht unbedingt. Jetzt müssen wir den... Ich werfe die Ulti. Ich habe Ulti gewonnen. Beschützt der Tresor. Alles gut. Alles gut. Das war knapp 5%. Aber wir haben einen Win. Wenn auch nicht im Showdown. Egal. Wir haben noch eine Star-Marke geholt. Easy. Ihr lasst nochmal das gleiche Team machen. Oh, ja. Nein. Jetzt fange ich selbst was an. Okay. Alles gut. Alles gut. Ich bin bereit. Egal. Okay. Wir spielen noch eine Runde. Dann kann ich nämlich noch eine Brawlbox öffnen. Das wollen wir vielleicht nicht verpassen. Ich habe 10 Brawlboxen. Ja. Er kamt auf Brawlboxen. Hä? Ich kamt auf Brawlboxen. Ja, genau. Ich häufe die bei mir zu Hause an und dann kam ich da drin vor meinen Eltern. Also Leute, das... In den Videos, das könnte vielleicht wirklich ein paar Mal Karotisch spielen. Ihr redet immer so ein blödes... Hä? Was für... Scheiße. Der Tresor. Der Tresor. Der Tresor. Der Tresor. Der Tresor. Der Tresor. Ich heiße mir egal. Die sind bei uns am Tresor. Und machen gut Damage. Sehr gut Damage. Du solltest uns vielleicht mal lieber helfen. Ja. Aber mega. Ja. Ich habe den Schuss vor dem aufgebaut. Pam hat einen Healkreis aufgebaut. Ja. Das ist super. Da gehe ich rein. Boah. Ich habe den Tresor. Hinten am Tresor ist der. Shit. Shit. Hilf mir. Sehr gut. Den haben wir. Ja, den habe ich. Fuck. Da können wir nichts machen. Ja, stimmt. Okay. Wir haben 50% schon Schaden am Tresor. Aber... Das kann doch nicht sein. Okay. Ich mache... Ich mache... Ich mache... Ulti. Gesetzt. Hat mir nichts gebracht. Ich bin im Healkreis. Shit. Der Healkreis ist tot. Und ich auch. Ja, wir machen gerade gut Damage. Ich bin tot. Und die machen gerade richtig gut Damage. Ich muss die aufhalten. Ich muss die aufhalten. Der ist weg. Ich muss... Die haben den fast. Leute. Dein Ernst. Euer Ernst. Ich habe... Ich war gerade in der Offensive. Entschuldigung. Ja, in der Defensive ist wichtig. Die Defense. Das kann nicht sein. Ich brauche eine Marke. Äh, wir machen nur eine Runde. Wir können ja eine andere rausschneiden. Ja. Würde ich auch sagen. Ja, ich bin bereit. Mal los. Diese Runde müssen wir einfach gewinnen. Oh, fuck. Die haben eine Pam. Okay. Ich bin... Okay, wir haben eine Kanone hier vorne. Sehr gut. Wir müssen bei der Kanone bleiben. Die hilft uns sehr. Ich bin sowas... Ja, super. Die trifft ganz schluss. Ich bin auch sowas wie eine Kanone. Mhm. Ja, wirklich. Die Kanone ist jetzt... Bam. Weil du nicht auf die Kanone aufgepasst hast, die Kanone. Äh, he. Ja. Ja, okay. Die Kanonen haben jetzt nicht so gut zusammengehalten. Oh, shit. Aufpassen. Das, was damit kommt, wenn ich... Aufpassen, die können wir holen. Ja, können wir. Tun wir aber nicht. Scheiße, ich bin tot. Ihr müsst die aufhalten. Die Pam kommt. Was? Ich komme. Ich bin immun. Ja, komm, Jan. Na, die hat einen Heal-Kreis. Okay. Ist doch scheißegal, Jan. Nein. Verteidige unsere Tresor. Mach doch was. Mach ich doch. Nee, machst du gar nicht. Doch, mach ich. Oh, da sind sogar zwei. Okay. Komm, wir gehen. Pass auf. Ich bin tot. Das war knapp. Ja, bist du nicht. Ich bin tot. Nee, definitiv. Fast tot. Ah, bam. Alter, die hat mich fast getroffen. Fast. Oh mein Gott. Komm, die Pam. Ich hätte die können. Schnell, wir müssen vorrücken. Ich bin tot. Das war's mal wieder. Komplett mit dem Vorrücken. Da ist eine Kanone. Wir müssen... Bleib nicht zur Tresor. Komm, wir machen den gleichen Plan wie vorhin. Müssen wir nochmal irgendwann durchsetzen. So, verdammt. Ich muss die Ulti dafür benutzen. Nein, benutze sie nicht. Digga. Die killt sie alle genau in dem Moment, als ich nicht. Oh, die benutze er. Aber shh. Die holen wir. Ich wusste, dass sie das tut. Die haben wir. Nicht. Ich komm mit. Mein Freund. Nein. Ich muss sie holen. Ich muss die Pam holen. Ich hab die Pam. Jetzt helf mir doch mal. Die ist fast besiegt. Die ist fast besiegt. Ich muss den... Ich hol mir den. Ja. Ich hab den hier. Kreis. Okay. Ich geh in die Offense. Ich geh in die Offense. Und ich geh in die Offense. Wer sagt denn Offense? Es heißt Defense und Offense, oder? Okay, wir haben verkackt. Wir können nichts mehr machen. Doch, ich kann auch was machen. Ich auch. Verpisst euch. Wir wollen mit Ehre sie verkacken. Okay, wir schaffen bestimmt noch 90 Prozent wegzuhauen in vier Sekunden. Ja, wenigstens kriegen die unsere Tresor nicht, bevor die Zeit ablaufen ist. Ja, wenigstens. Ablaufen ist, okay. Ja, okay. Ich geh da mal kurz zum Deutschunterricht. Okay, ich krieg... Jetzt fehlen noch zwei Pokal. So. Und ich kann jetzt die Truhe öffnen. Ich tue es. Achso, okay. Achso, ja, mal. Bull. Und wieder. Okay, das haben wir uns gar nichts gebracht. Ja, okay, Leute. Das war's mit dem heutigen Video. Tschüss! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, abonniert unseren Kanal, lasst ein Like beim Video und aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und dann Tschüss von euren Battle Bros. Tschüss!